Okay, herzlich willkommen zu Teil 7 unserer Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich, Sie alle heute begrüßen zu dürfen, insbesondere weil wir in der letzten Vorlesung vor der Winterpause sind und ich freue mich auch wirklich, dass Sie auch so zahlreich auch jetzt hier in unserem Zoom-Livestream drin sind. Und wir haben auch als kleine Überraschung für diejenigen von Ihnen, die live dabei sind, einen speziellen Winter-Weihnachts-Badge vorbereitet, den Sie auf Great Craft dann auch sehen werden. Okay, kleiner Rückblick von der letzten Vorlesung. Wir haben uns da vor allem die Selbstdeterminationstheorie angeschaut und das Erwartungswertmodell von Eccles. Und dabei ist es zu betrachten, dass die vier Komponenten der Value-Komponente, insbesondere der Intrinsic-Value, der Attainment-Value, der Utility-Value und jetzt nicht der Achievement-Value und ein Cost-Element darstellen. Dann zur Selbstdeterminationstheorie haben wir viel darüber geredet, was bedeutet diese Theorie, wie ist die ausgestaltet von Bezug auf die Amotivation, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Wie sind da die verschiedenen Schwerpunkte, die gesetzt werden, um beispielsweise intrinsische Motivation zu verstärken? Also indem man beispielsweise die Autonomie erhöht, Zugehörigkeitsgefühl, Sense of Belonging. Genau. Und jetzt hier in dieser Frage, dass die Selbstbestimmungstheorie verschiedene Ausprägungen zur Motivation auch beschreibt. Dann, wie gerade auch schon erwähnt, die drei Hauptgrundbedürfnisse, die drei psychologischen Grundbedürfnisse, die dabei helfen, intrinsische Motivationsunterstützung, ist das ABC of Motivation, also das Autonomieerlebnis, soziale Eingebundenheit, also B4B-Longing und ein Kompetenzerleben, was dann auch dazu beiträgt, dann intrinsische Motivation zu verstärken. Wenn sehr viel intrinsische Motivation vorliegt, kann es zu einem sogenannten Flow erleben kommen und wir haben uns angeschaut, wie kann man in diesen Flow-Kanal herein gelangen und dass dies insbesondere dann gut möglich ist, wenn die Aufgaben und auch das Fähigkeitsniveau in einem entsprechenden Verhältnis auch zueinander stehen. Und jetzt hier in dieser Frage, die Sie sich im Quiz angeschaut haben, was passiert, wenn das Anforderungsniveau, das Fähigkeitsniveau übersteigt, also quasi hoch auf der Y-Achse jetzt in dieser Grafik aufgetragen und die X-Achse, das Fähigkeitsniveau etwas geringer, also sind wir quasi in dem Bereich der Stress und Angst. So viel zur letzten Vorlesung. Was wir sehen bei den Quizzen und ist auch absolut spannend, wir haben, obwohl wir quasi in der Mitte der Vorlesung sind, verschiedene von Ihnen haben bislang auch noch einen Perfekt-Score, sowohl bei allen Quizzen jede einzelne Frage korrekt beantwortet, als auch bei jeder Reading-Reaction, die volle Punktzahl, von daher würde ich aus Datenschutzgründen logischerweise nur irgendwie die Initialien, aber ich würde Sie bitten, wenn Sie in Zoom aktiv sind, gerade den Leuten hier einen gratulatorischen Applaus auch zukommen zu lassen. Genau, also es wird spannend auch quasi, wie es dann, wie sich das weiterentwickelt, weil jetzt kurz vor dem, also der erste Blogbeitrag, diese Wertungen sind noch nicht quasi in unser Punkteschema mit eingeflossen, da den können Sie bis zum, ich glaube, 23. oder 24. schauen Sie genau in die, in die, in Greycraft rein, da stehen die genauen, die genauen Abgabetermine. Ich habe auch schon viele Blogbeiträge gelesen, super spannend, kann ich Ihnen auch quasi wirklich nur empfehlen, wenn Sie Interesse haben oder quasi Inspirationen suchen, wie was geschrieben werden kann, worüber man schreiben kann, welches Form oder welches Format. Ihnen bleibt wirklich auch sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, sind Ihnen auch da offen, um quasi die Vorlesungsinhalte mit Ihren eigenen Erfahrungen auch zu verbinden. Genau. Noch etwas anderes organisatorisches, unsere Klausur hat sich leider verschoben, weil wir anstelle von nur einem Hörsaal aufgrund von Corona-Bestimmungen viel mehr Hörsäle benötigen. Und zwar, die Klausur wird am 9. März jetzt stattfinden, also Sie auf diesen Termin terminiert, sowohl die Modulklausur, als auch wenn Sie nur eine Klausur für unsere Vorlesung zur pädagogischen Psychologie schreiben wollen. Sie haben auch eventuell diese Information auch schon in der Diagnostik-Vorlesung bzw. in der Vorlesung zur empirischen Bildungsforschung gehört. Ich will es auch nochmal jetzt hier betonen. Wir werden dann quasi bei der Klausur Anmeldung, die halt noch separat erfolgt, also wir werden Sie da quasi informieren, Sie werden via Ilias bzw. via Greatcraft dann auch noch Anmelde-Links auch kriegen. Zurzeit, und ich möchte betonen, das ist wirklich nur die derzeitige Planung, weil wir fahren mit den aktuellen Corona-Bestimmungen natürlich auch sehr auf Sicht. Und es kann gut sein, dass sich das alles auch nochmal verändern wird. Würde ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, also wenn wir jetzt quasi in einem Hörsaal wären und ich jetzt nicht hier wissen würde, dass unsere Veranstaltung auch irgendwie ins Internet übertragen wird, dann würde ich sagen, ja, ich persönlich, dass ich nicht persönlich daran glauben würde, dass Sie eine Präsenzklausur haben, aber das sage ich Ihnen jetzt einfach mal nicht, weil irgendwie zur Zeit ist es halt als Präsenz terminiert und aber wir müssen halt schauen, wie das wird. Aber falls wir eine Präsenzklausur haben, dann müssen wir logischerweise genau tracken, wer neben wem sitzt und so weiter. Das heißt, wir werden da, Sie glauben überhaupt nicht, was da alles so im Hintergrund auch alles quasi bei uns losgeht, weil wir halt immer schauen müssen, wie wir das halt mit den Corona-Bestimmungen gut umsetzen können. Also, weil da auch gerade die Frage nochmal im Chatfenster kam, zurzeit ist der Plan, die Klausur als Präsenzklausur zu schreiben und Sie würden quasi auch dann nach der Klausuranmeldung einem Hörsaal und auch wirklich einem Platz auch zugewiesen. Also, wenn ich Sie wäre, ich würde mir den neuen Klausurtermin notieren, den Tag auf jeden Fall blocken. Falls Sie etwas verändert, werden wir Sie so früh wie möglich logischerweise auch informieren. Aber es bleibt spannend. Okay, ich gucke kurz ins Chatfenster, ob da noch irgendwelche anderen Fragen kamen. Wenn Sie Fragen haben, logischerweise, stellen Sie die Fragen gerne ins Chatfenster oder auch auf Piazza in unseren Fragen zur Vorlesung teil auch herein. Auch sehr cool. Ich habe gesehen, nachdem ich in der letzten Vorlesung empfohlen habe, dass sich mehr Leute von Ihnen ihren Klausurplan und quasi, nicht Klausurplan, aber ihren Punkteplan für diese Vorlesung nochmal in dieser Kristallkugel genauer anschauen, um da auch wirklich zu schauen, wann man welche Aufgaben erledigt. Es gab auch da einen großen Anstieg von Personen, die diese Funktion auch verwendet haben. Ich glaube, falls Sie sich das mit dieser Kristallkugel zur Punktesammelstrategie noch nicht angeschaut haben, würde ich Ihnen das auch wirklich empfehlen. Okay, so viel zum Organisatorischen. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die auch ruhig auf Piazza oder hier in den Zoom-Chat. Oder wenn Sie das auf YouTube schauen, können Sie auch quasi unter das Video einen Kommentar schreiben. Und wir starten jetzt auch quasi mit unserem Vorlesungsthema, Diagnostik und Evaluation. Super spannend. Auch insbesondere spannend für viele Fragestellungen, die uns schon im Verlauf des Investors begegnet sind, beziehungsweise Sie haben auch viele Studien schon gelesen und wir wollen uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie Studien und der Wissenschaftskreislauf auch wirklich funktioniert. Allgemein, wenn wir von Diagnostik sprechen, dann ist es wichtig, dass wir dabei betrachten, dass Konzepte und Methoden aus der pädagogischen Psychologie und auch aus der psychologischen Diagnostik verwendet werden, um möglichst systematisch Informationen und Wissen zu generieren. Sowohl halt Daten zu sammeln, diese zu analysieren und dann auch zu interpretieren, damit man dann beispielsweise Entscheidungsprozesse unterstützen kann, indem man da beispielsweise politischen Entscheidungsträgern Unterstützung bietet oder in anderen pädagogischen Handlungsfeldern wie dem Lehren oder Lernen, dass man da überlegt, wie man diese Prozesse verstärken kann. Dabei findet pädagogische Psychologische Diagnostik in verschiedenen Bereichen statt und sie bezieht sich vor allem auf die einzelne Person. Also das wird insbesondere als Individualdiagnostik betrachtet und wird vor allem mit Methoden der Psychologie verwendet, damit wir Verhalten oder oder Erlebnisse besser verstehen und interpretieren können. Es ist dabei wichtig, das auch noch zu betonen und auch von sogenannter Alltagsdiagnostik abzugrenzen. Sie fragen sich vielleicht, warum ist Diagnostik wichtig? Was bedeutet dies für mein eigenes Leben? Und es ist wirklich so, dass wir wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse gewinnen wollen, die quasi über naiven Vorstellungen oder über Verbutungen herausgehen. Also und sie sehen beispielsweise, dass Forschungsergebnisse danach auch von den Medien mit aufgegriffen werden und dann für eine breite Bevölkerung aufgearbeitet werden. So können sie beispielsweise das Gefühl haben, dass der Schulerfolg oder das Lebenserfolg allgemein stark von sozialdemografischen Faktoren abhängig ist. Aber dies kann auch vor allem nur eine Verbutung sein. Und mit Hilfe von Diagnostik ist es dann möglich, solche Verbutungen, solche Hypothesen dann auch wirklich zu überprüfen, um sich beispielsweise anzuschauen, wie sehen Zusammenhänge von sozioökonomischen Faktoren mit beispielsweise dem Schulerfolg aus. Und dies wird meistens quasi mit verschiedenen Konstrukten betrachtet, sodass man da auch wirklich genau zu definieren hat, okay, was bedeutet schulischer Erfolg? Also beispielsweise sieht man, dass in vielen Studien anstelle von einem allgemeinen schulischen Erfolg, über den gesprochen wird, sich wirklich sehr dezidiert verschiedene Kompetenzfelder angeschaut werden, wie Leseverständnis oder wie Algebra. Also wirklich, dass man da anstelle von globalen Indikatoren eher einzelne Konstrukte betrachtet und dann darüber hinaus wird dann quasi verallgemeinert. Und diese Erkenntnisse werden quasi dann so aus einer Vogelperspektive, schaut Wissenschaft da meistens drauf. Was sehr spannend ist, beispielsweise PISA ist auch ein sehr großes und auch in der Bevölkerung bekannte Studien, die sich Bildungserfolg und Bildungschancen, soziale Ungleichheit genauer betrachten. Ich habe Ihnen auch da einen kleinen TED-Talk von Andreas Schleicher mitgebracht. Der ist einer der Hauptverantwortlichen bei der OECD und auch sehr stark in den PISA-Prozess mit eingebunden. Also es ist wirklich, es gibt wirklich eine, also ich kann Ihnen auch da quasi empfehlen, sich über die Ferientage das Video beispielsweise anzusehen, wenn Sie Ihren Verwandten entfliehen wollen, beispielsweise. Es lohnt sich. Genau. Aber es können damit auch wirklich eine Vielzahl von weiteren Fragestellungen auch betrachtet werden, wie irgendwie, wir haben uns das ja in der Vorlesung zur Intelligenz auch schon ein bisschen angeschaut. Also Frage, wie identifizieren wir Hochbegabung beispielsweise oder wie können Lehrkräfte Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern diagnostizieren, um besondere Förderbereiche dann auch zu erkennen, um darauf dann zu reagieren, damit man die Schülerinnen und Schüler auch dementsprechend fördert. Und ich würde Sie bitten, gerade weil es auch so ein breites Feld ist und Sie auch sicherlich alle auch schon in Berührung gekommen sind mit Feldern der Diagnostik, dass Sie in Breakout-Rooms für fünf Minuten möglich sind, mögliche Fragestellungen diskutieren, beziehungsweise wenn Sie wollen, auch quasi wie Sie diese Fragestellungen mit einer Studie beispielsweise beantworten würden, wenn Sie dafür die notwendigen Ressourcen halt auch zur Verfügung hätten. Also fünf Minuten, wie jedes Mal, wenn Sie in einem Breakout-Room drin sind, in dem keine Diskussionen stattfinden sollten, gehen Sie ruhig wieder in die Haupt-Session zurück. Danach werden wir Sie wieder auf die verschiedenen Breakout-Rooms auch zuteilen. Okay, ich kreiere schnell die Breakout-Rooms und wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihren Diskussionen. Alles klar. Vielen Dank. 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 Oder wenn Sie in der Wissenschaft bleiben wollen. So Lernforschung, mögliche Fragestellungen, inwieweit die Qualität von erworbenem Wissen von der Lern und Motivation abhängig ist oder klinische Psychologie. Psychische Störungen, wo liegen da? Wie kann so etwas erfasst werden? Was sind da Methoden? Und wenn ja welche, wenn es auch da Unterschiede gibt und verschiedene Theorien, wie kann man dann entscheiden, was ist wahrscheinlich dann in der Verwaltung, also Vereignungsdiagnostik, wenn Sie so viele Punkte gesammelt haben, was ich natürlich bei Ihnen nicht hoffe, dass das jemals in Ihrem Leben eintreffen wird. Und die medizinisch-psychologische Untersuchung, die danach zu absolvieren wäre, ist ebenfalls auch, das fällt auch sehr in den Bereich der Diagnostik herein. Und es ist wirklich so, dass es in vielen von diesen Fällen, die wir da betrachtet haben, darum geht, Entscheidungen zu treffen und auch Informationen zu sammeln, die über einer subjektiven Einschätzung hinausgehen. Also, dass man wirklich begründet Informationen sammelt, um Schlussfolgerungen ziehen zu können. Und dies ist beispielsweise, dies hat eine große Relevanz in vielen Bereichen, beispielsweise vom Übergang der Schulformen, wenn dort Diagnostik verwendet wird und auch wirklich Lebenswege beeinflusst. Ob beispielsweise Schülerinnen und Schüler auf eine Regel- oder auf eine Förderschule gehen. Sie haben da auch teilweise in den Reading-Reactions wirklich auch sehr spannende andere Beispiele auch gebracht, die auch wirklich so die Herausforderungen von Diagnostischen Entscheidungen halt auch teilweise auch wirklich näher beleuchtet haben. Also, von daher ist es sehr wichtig, dass man sich auch dabei anschaut, okay, wie werden solche Entscheidungen getroffen? Wie ist so der Forschungskreislauf, der Diagnostische Prozessablauf? Und der ist auch relativ klar gegliedert. Und man kann für jede der Fragestellungen, die Sie in Ihren Breakout-Rooms diskutiert haben oder die wir jetzt auch noch vorhin auf den Folien gesehen haben, kann man diesen Kreislauf durchlaufen, um dann zu begründeten Entscheidungen auch zu gelangen. Und zwar, es startet quasi damit, dass wir das Entscheidungsproblem definieren und uns genau betrachten, okay, was sind unsere Hypothesen, was wollen wir wirklich untersuchen, dann muss man sich die Konstrukte genauer definieren, was betrachtet wird. Diagnostische Instrumente müssen danach gewählt werden, damit dann diagnostische Informationen ermittelt werden können. Und danach kann man zu einer Entscheidung kommen und womit dann die Hypothesen, die man zum Eingang gehabt hat, dann überprüft werden. Und quasi, wenn dieser Kreislauf, der auch wirklich teilweise auch wirklich iterativ erfolgen kann, wenn man komplexe Fragestellungen auch betrachtet. Und das ist auch oftmals ein Prozess, je nach Studie, der über Monate oder sich teilweise sogar über Jahre auch hinwegzieht, dann kann zum Ende dann ein Gutachten oder eine Studie angefertigt werden, die die Ursprungsfrage aufgreift und dann auf Grundlage des Fortschreiten des Kreislaufes der Methoden der Daten unter Interpretation und Analyse der Ergebnisse dann zu Erkenntnissen gelangt. Wir werden uns jetzt nun jede einzelne Komponente von diesem Kreislauf genauer betrachten und starten da bei der Fragestellung, bei der Hypothesenbildung mit einer der schwierigsten Prozesse, weil sich da wirklich genau zu überlegt werden, bloß okay, was ist das Ziel unserer Studie und welche Art von Diagnostik wollen wir wirklich betreiben. Und die Art der Fragestellung entscheidet auch sehr viele der weiteren Schritte. Wir unterscheiden allgemein zwischen Selektions- und Modifikationsdiagnostik. Bei Selektionsdiagnostik kommt es vor allem darauf an, Personen zu wählen, die in bestimmten Umgebungen sich befinden. Oder auch auf der anderen Seite die richtige Lernumgebung für Personen auszuwählen. Also Beispiele, Personaleinstellung, dort psychologische Tests zu machen, um beispielsweise zu finden, okay, passt diese Bewerberin, dieser Bewerber in das Arbeitsumfeld herein. Das andere große Thema ist Modifikationsdiagnostik, also wie man Verhalten von Menschen in einer bestimmten Situation modifizieren kann. Und dass dort untersucht wird, wie effektiv beispielsweise verschiedene Modifikationsstrategien sind. Wir haben uns ja auch zu Beginn unserer Veranstaltungsreihe auch wirklich verschiedene Lerntheorien genauer betrachtet, wie Verhalten beispielsweise mit Konditionierung modifiziert werden kann. Und um dies zu untersuchen, würde man beispielsweise dann Modifikationsdiagnostik dann auch betrachten. Dann eine zweite wichtige Unterscheidung, die sich auch auf die Hypothesen widerspiegelt, ist der Unterschied von Status- und Prozessdiagnostik. Dabei, das ist auch so ein bisschen so, was auch in einem Balanceverhältnis steht. Und je nach Untersuchung wird halt entweder das eine oder das andere auch oftmals stärker in den Fokus genommen. Bei Statusdiagnostik, da ist insbesondere der Status-Quo zu einem speziellen Zeitpunkt im Fokus von Untersuchung. Und es wird probiert, möglichst präzise Informationen zu bestimmten Merkmalen an einem Status zu betrachten. Und im Vergleich dazu steht bei der Prozessdiagnostik insbesondere die temporale Veränderung im Vordergrund, um sich beispielsweise genauer zu betrachten, wie beispielsweise eine Person durch das Studium, wie der Studienverlauf von Personen ist, wo da Schwierigkeiten liegen, was wir beispielsweise sehen. Das ist super spannend. Das habe ich auch in meiner eigenen Forschung. Darum schaue ich mir das auch häufig an. Frauen in MINT-Studienfächern sind beispielsweise wesentlich wahrscheinlicher mit amerikanischen Daten. Ich weiß noch nicht, wie das hier in Deutschland genau aussieht. Da sind Studien auch noch zurzeit in Planung. Dass Frauen in MINT-Fächern wesentlich wahrscheinlicher sind, den Studiengang zu wechseln. Super spannend. Aber was wir allerdings ebenfalls sehen, je höher, und das ist auch wirklich ein Sneak-Preview, den Sie hier kriegen, wir sind noch in einer sehr frühen Phase. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Aber Erstergebnisse deuten auch quasi darauf hin, je höher der Prozentsatz an Frauen in naturwissenschaftlichen Vorlesungen, desto höher ist die Lernendeistung sowohl von Frauen als auch von Männern. Also was wir quasi sehen, Frauen machen das Leben besser. Natürlich klar. Aber wir müssen das noch genauer betrachten, logischerweise. Also von daher. Aber ich finde, wenn sich unsere Ergebnisse bestätigen, absolut spannend. Dann Status- und Prozessdiagnostik ist ebenfalls auch da zu betrachten, dass wir uns auch da vor allem anschauen wollen, welche Merkmale sind veränderlich und welche sind nicht veränderlich. Also wenn etwas veränderlich ist, wird so etwas auch als State betrachtet. Oder wenn es nicht veränderlich ist, sondern wirklich quasi inhärent zu Personen sind, dann wird es auch oftmals als Trade bezeichnet. Also diese verschiedenen Formen, wie welche Art von Fragestellung man sich betrachtet, haben dann einen großen Einfluss darauf, wie dann die weiteren Schritte verlaufen. Was in jedem Fall wichtig ist, wenn wir uns eine Fragestellung überlegt haben, dann genau zu betrachten, okay, beispielsweise wir wollen Studienerfolg uns betrachten, okay, dann ist es wichtig, dass wir genau und klar definieren, was bedeutet dies. Denn dass man solche allgemeinen Gegenstandsbereiche sehr klar definieren und uns auch Konstrukte überlegen, die auch beobachtbar sind. Und das ist auch dabei wichtig, dass wir vor allem diese Konstrukte können wir definieren von klar beobachtbaren Sachen, wie beispielsweise Klausurergebnissen oder den Gradecraft-Punkten, die sie erwärmen. Aber was auch untersucht werden kann, sind Konstrukte über Persönlichkeitseigenschaften, die jetzt nicht direkt zu beobachten sind. Aber dann ist es halt dabei wichtig, dass wir Variablen so definieren und operationalisieren, dass wir verschiedene Fragebogen-Items entwickeln, beispielsweise, die dann zusammengefasst die jeweiligen Persönlichkeitskonstrukte operationalisieren. Dabei können wir beispielsweise auch nur eine Vielzahl an weiteren Variablen betrachten, die auf ähnliche Art und Weise auch operationalisiert werden können. Also ich habe Ihnen da auch wirklich nur eine kleine Auswahl an möglichen Variablen im Witz gebracht. Sie haben sich auch in den Breakout-Forums auch wahrscheinlich ebenfalls dann auch überlegt, okay, wie kann man so etwas messen, was sind potenzielle Variablen. Ich will, Sie sehen das ja hier auf den Folien, also irgendwie kognitive Variablen, wir haben auch da schon in unserer Veranstaltung verschiedene Konstrukte betrachtet, wie Intelligenz, wie Gedächtnis, aber man kann auch noch viele weitere kognitive Variablen messen. Im Erwartungswertmodell von Eccles beispielsweise haben Sie ebenfalls gesehen, wie viele Variablen einen Einfluss auf die Motivation auch besitzen. Und es ist aber auch dabei wichtig, dass Sie in einer Studie, wenn Sie eine Fragestellung untersuchen, sich genau betrachten, okay, was sind mögliche Einflussfaktoren und was sind die wahrscheinlichen Einflussfaktoren, um sich dann genauer zu überlegen, okay, wie will ich meine Studie designen, was für Konstrukte nehmen wir in die Studie mit auf. Und dabei ist es wichtig, dass die Variablen, die mit aufgenommen werden, von der Fragestellung zum einen abhängig sind, aber auch zum anderen das zu beobachtende Verhalten auch robust und stabil auch vorhersagen sollen. Das wird natürlich etwas schwieriger, wenn man sich Phänomene betrachten will, die nicht direkt beobachtbar sind, wie beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale oder andere Größen. Und dann ist es umso wichtiger, dass man für quantitative Erhebungen diese Konstrukte sichtbar macht, also dass man dann übersetzt, wie sich so ein Konstrukt manifestiert mit verschiedenen Fragebogenitems beispielsweise oder mit diagnostischen Tests beispielsweise. Sie haben ja auch jetzt zum Bereich der Intelligenz, ich habe Ihnen da verschiedene Intelligenztests auch bereitgestellt. Dies sind beispielsweise Möglichkeiten, wie so ein Konstrukt wie die Intelligenz, was nicht direkt beobachtbar ist, dann auch beobachtbar gemacht werden kann mit dieser Strategie. Und es ist halt, quasi dieser Prozess wird ebenfalls als Operationalisierung auch beschrieben. Quasi ein weiteres Beispiel für die Operationalisierung, der Einsatz von, oder wenn, und Sie haben jetzt auch vielleicht in Ihrem Schulalltag oder in Ihrer Schulzeit es gehabt, dass beispielsweise im Geschichtsunterricht Zeitzeugen in den Unterricht gekommen sind, um über historische Erlebnisse zu betrachten. Beziehungsweise vielleicht werden Sie später in 50, 60 Jahren in die Schulklassen gehen, um die Corona-Pandemie als Zeitzeuge selber zu betrachten. Dabei ist es natürlich besonders spannend, was macht Zeitzeugen oder was macht diese Erfahrung so besonders für deren. Also wir können uns da beispielsweise anschauen, okay, was macht so eine Lernumgebung effektiv. Also irgendwie da würde man dann im Bereich Operationalisierung betrachten, okay, was sind die Elemente, die man sich dort genauer ansehen kann. Also wenn man sich jetzt anschaut, okay, Präsenz, Authentizität, ist ja nicht direkt zu messen. Von daher würde man sich überlegen, okay, was sind da Indikatoren, die dann quasi mit Hilfe von spezifischen Tests oder von spezifischen Test-Items dann betrachtet werden. Man würde da jetzt vielleicht sich überlegen, okay, Präsenz, wie kann so etwas gemessen werden? Und dann sich ansehen, die emotionale Involviertheit, die kognitive Involviertheit und auch noch verschiedene weitere Merkmale, die man dann genauer messen und auch betrachten kann in dem Fall. Und diese Mess-Items, damit würde man dann eine solche Operationalisierung dann vornehmen, um sich so ein Konstrukt näher zu betrachten. Das führt, also Sie haben schon gemerkt, okay, Operationalisierung ist wichtig, insbesondere bei Konstrukten, die nicht direkt beobachtbar werden. Von daher ist jetzt die Frage, okay, wie findet man solche Instrumente oder solche Test-Items, mit denen man solche Konstrukte betrachten kann? Und das ist auch der nächste Schritt von unserem Kreislauf. Und da wird sich quasi genauer angeschaut, okay, wie findet man geeignete diagnostische Instrumente? Es wird da von verschiedenen Kategorien unterschieden, wie man solche Informationen erheben kann. Ich habe Ihnen da auch wieder verschiedene Sachen mitgebracht. Wie gesagt, diese verschiedenen Testverfahren sind auch nur Beispiele. Es gibt darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, um Konstrukte zu messen. Aber so mit die am häufigsten verwendeten Testverfahren sehen Sie sich hier. Dies sind zum Beispiel psychologische Tests, wie diese IQ-Tests, die Sie auch vielleicht gemacht haben. Oder wenn Sie irgendwie Medizin studieren wollen. Manche Universitäten haben Mediziner-Tests oder so eine Berufsfeld-Eignung. Was sich, wodurch sich diese psychologischen Tests oder Persönlichkeits-Big-Five, spannend, wodurch sich diese psychologischen Tests insbesondere auszeichnen, ist, dass sie sehr hoch standardisiert sind. Und daher auch sehr hohe Objektivität und Reliabilität sich dadurch auszeichnen. Was diese Begriffe, die auch als sogenannte Gütekriterien bezeichnet werden, genau bedeuten, werden wir uns auch in der nächsten Vorlesung noch etwas genauer betrachten. Und solche psychologischen Tests, sie sind auch relativ ökonomisch. Das heißt, sie können für viele Personen administriert werden, mit relativ geringem zeitlich-personell- und auch Materialaufwand. Eines dieser Probleme vom psychologischen Test ist es allerdings, sie sind relativ unflexibel. Das heißt, man kann weniger auf individuelle Gegebenheiten eingehen, gerade aufgrund dieser hohen Standardisierung. Wozu soll ich die psychologischen Tests vor allem verwendet werden? Das sind Sachen wie Leistungsfähigkeit, Wissensstand, Eignung und so weiter. Eine weitere wichtige Kategorie sind Fragebögen. Fragebögen-Untersuchungen, die ebenfalls objektiv und redigabel vor allem sind. Was bei Fragebögen allgemein etwas schwieriger ist, ist, dass oftmals nur begrenzte Informationen erfragt werden. Und ein gewisser Social Desirability Bias auch eventuell vorliegt. Aber wenn Fragen beispielsweise so gestellt werden, dass es für den Antwortenden klar ist oder klar erscheint, was Antworten sind, die vom Interviewer oder von der Person, die die Fragebögen stellt, eher gewünscht sind. Und so etwas wollen wir eigentlich vermeiden, weil wir ja nicht messen wollen, was Leute machen, um sich in einem positiven Licht darzustellen. Sondern wir sind ja wesentlich mehr daran interessiert, für die Operationalisierung, wie die zugrunde liegenden Konstrukte auch betrachtet werden. Das heißt, im Fragebogen, die es sein, ist es umso wichtiger, solche externen Einflussfaktoren dann auch zu minimieren, damit man die Konstrukte, die man eigentlich dessen will, auch vor allem betrachtet. Großer Vorteil ist, dass man mit Fragebögen wirklich auch sämtliche Inhaltsbereiche eigentlich abdecken kann und die auch wirklich sehr flexibel im Einsatz auch darstellen und auch in wirklich jedem dieser Anwendungsfälle, die wir zu Beginn heute Morgen auch gesehen haben. Dann als dritter großer Punkt Interviews, wo Personen quasi sich direkt gegenüber sitzen oder solche Telefoninterviews durchgeführt werden. Sehr spannend ist dabei, dass es eher so im Bereich der qualitativen Forschung oftmals zu sehen, solche Interviews dienen vor allem dazu, wirklich breite und tiefergehende Informationen zu generieren, um beispielsweise auch Fragebögen zu validieren oder um beispielsweise Missverständnisse zu klären. Es gibt also auch dabei eine Vielzahl an verschiedenen möglichen Einsatzbereichen. Einer der Nachteile jedoch ist, dass Interviews sehr zeitaufwendig sind, sehr personalaufwendig sind. Vielleicht werden einige von Ihnen hier studentische Hilfskräfte sein, um quasi Interviews zu kodieren. Das macht richtig viel Arbeit, Interviews, also den gesprochenen Text quasi in Wörtern umzuformen. Zum Glück machen wir im Bereich Machine Learning Society massive Fortschritte, damit wir solche Prozesse dann auch automatisieren. Vielleicht ist quasi der Kodierungsaspekt in der Zukunft auch etwas weniger stark ausgeprägt. Aber so ähnlich wie bei Fragebögen ist es noch mehr in Interviews der Fall, dass man gewisse Interviewer-Effekte auch sehen kann, weil der persönliche Bezug auch da natürlich wesentlich stärker noch mal gegeben ist. Dabei werden solche Interviews vor allem im Bereich von explorativen Studien durchgeführt oder um beispielsweise auch neue Forschungsgebiete zu erschließen. Also zumindest im Bereich der pädagogischen Psychologie. In anderen Forschungsbereichen beispielsweise der Anthropologie oder anderen Fachbereichen stellen Interviews beispielsweise auch eine der klassischen Forschungsmethodiken da, um auch Studien durchzuführen. Allgemein gesprochen wird bei Testverfahren zwischen Beobachtungsmethoden und unterschieden im Vergleich zu beispielsweise simulationsorientierten Methoden. Beobachtungsmethoden beispielsweise betrachten ebenfalls Dinge wie das Verhalten von Personen, also sogenannte Think-Aloud-Prozesse, wo man beispielsweise auch metakognitive Prozesse auch betrachten kann, wenn Personen, wenn sie eine Mathematikaufgabe beispielsweise lösen, sich genauer sprechen und erzählen, wie sie vorgehen, damit sie auch quasi die Denkprozesse, die während des Problemlösens vorliegen, dann sichtbar gemacht werden. Wieder ähnlich zu den Interviews relativ hoher Zeit und Personalaufwand solche Think-Aloud-Studien zu machen. Genauso könnte man in das gleiche Feld fallen, beispielsweise Unterrichtsbeobachtungsstudien herein oder Studien, die sich verhalten von Personen, beispielsweise beim E-Learning dann auch betrachten. Die fallen quasi in das gleiche, in diese gleiche Art der Datenerhebung herein. Dann ein anderes weiteres großes Modell sind simulationsorientierte Methoden, beispielsweise Arbeitsproben-Fall-Szenarien, als ein weiteres Beispiel, wo beispielsweise die Arbeitsproben verwendet werden, die eh generiert werden, um darauf hinausgehen, Informationen auch zu generieren, um beispielsweise Kompetenzdiagnostik auch zu machen. Dann weitere verschiedene diagnostische Erhebungsmethoden, diagnostische Instrumente, die vor allem auch in der psychologischen Diagnostik auch vor allem verwendet werden können, und auch die jetzt auch etwas größer werden. Jetzt, wo wir quasi Big Data auch wirklich mehr sehen und auch die Ressourcen haben, um beispielsweise Millionen von Click-Files zu betrachten, ist es, dass man sich Doc-Files anschaut. Ich habe Ihnen ja vor zwei Wochen oder so eine Studie mitgebracht, oder zu Beginn der Vorlesung, glaube ich, wo ich Ihnen gezeigt habe, wo wir einen Kurs in den USA betrachtet haben, wo wir das Video-Watching-Behaviour von Studierenden betrachtet haben und wann Studierende sich die Videos angeschaut haben und wie der Effekt davon auf die Schülerleistung war. Das war quasi eine Studie, die wir gemacht haben, basieren auf den Clickstream-Daten von diesen Studierenden. Das heißt, wir haben quasi gewusst, zu welchen Zeitpunkten Studierende die Videos sich anschauen, um halt damit die Selbstregulation zu operationalisieren und sich dann Effekte auf Schülerleistung anzusehen, was dabei Schwierigkeiten darstellt, also Vorteile logischerweise, diesen Social Desirability-Bice haben wir da überhaupt nicht drin, weil die Daten objektiv erhoben werden, weil sie halt das klare Verhalten von Studierenden abbilden und daher auch eine wesentlich objektivere Einblicke in das Lern- und Studierverhalten auch ermöglichen. Schwierigkeiten dabei ist es, es werden halt riesige Datenmengen fallen dabei an. Also pro Studierender, Sie können sich das ja sicherlich vorstellen, wenn jeder einzelne Click beispielsweise getrackt wird, was ja auch jederzeit passiert, da müssen wir uns alle ja auch nichts vormachen. Zu jeder Zeit, wenn wir uns im Internet nicht bewegen, wird unser Verhalten getrackt. Und diese Daten können dann beispielsweise für Marktforschung oder wenn Sie jetzt zu dieser Jahreszeit Geschenke online bestellen, wird ja Ihr Verhalten getrackt und Sie kriegen Vorschläge basierend auf Ihren Klicks beispielsweise. Spannend, spannend. Und auch da sehen wir je nach Datenerhebungsinstrument wesentlich weitere Implikationen, Forschungsethik, Privatsphäre, Datenschutz und so weiter. Wichtige und große Themen, die insbesondere für diese Erhebungsmethode auch eine besondere Relevanz besitzen. Dann noch als einer der weiteren, anderen wichtigen Faktoren, sie sind quasi Tagebuchmethoden, so etwas wie Experience, Sampling oder Portfolios, wo vor allem der Prozessgedanke im Vordergrund auch bei steht und sich da auch vor allem längerfristige Effekte auch betrachtet werden. Beispielsweise haben wir in einer Studie jetzt zur Corona-Pandemie wieder in Amerika, weil irgendwie, ich würde auch gerne viele ähnliche Studien hier in Deutschland machen, aber ich bin auch erst seit circa zwei Jahren hier und ich habe auch noch viele Kontakte halt nach Amerika und da sind die Forschungsprojekte auch teilweise noch etwas weiter vorangeschritten, wo wir beispielsweise jetzt zur Corona-Pandemie mit einer Gruppe von Studierenden quasi den Einfluss von dem Online-Lernen untersuchen wollen, was das für Stress und Emotionen und viele weitere Faktoren bedingt und wir pingen dabei Studierende, die auch zugesagt haben, dass sie bei dieser Studie auch beteiligt sein wollen. Wir pingen die quasi auf ihren Smartphones an, fünf, sechs Mal pro Tag zu unterschiedlichen Tageszeiten über einen Zwei-Wochen-Rhythmus, damit wir halt da ein wesentlich genaueres Bild quasi über Emotionsverläufe auch zu verschiedenen Tageszeiten auch betrachten. Was auch dabei halt schwierig ist allgemein bei dieser Art von Studien, ist das die auch eine sehr hohe, also was dabei quasi schwierig ist, ist quasi die Versuchsteilnehmer zu motivieren, dann auch an dieser Studie auch über den gesamten Zeitraum dann auch teilzunehmen. Aber sehr spannend halt, weil man bei dieser Art von diagnostischen Instrumenten auch vor allem Lern- und Entwicklungsprozesse auch genauer betrachten kann, beziehungsweise damit auch unter anderem, wenn wir jetzt im Bereich von irgendwie in Judges sind, beispielsweise gewünschtes Verhalten auch noch besser unterstützen würden. Also Sie sehen, dieser Prozesskreislauf, es sind da wirklich viele verschiedenen Komponenten und wir werden uns auch da quasi im Verlaufe oder im Verlaufe der nächsten Seminarsitzung die weiteren Prozesspunkte auch noch in Dauer betrachten. Ich will Ihnen allerdings ebenfalls auch ans Herz legen, wenn Sie selber Teil von Forschungsstudien werden wollen. Das Leibniz-Institut für Business-Medien hat eine Forschungsdatenbank quasi, wo verschiedene Studien gedistet werden, die Versuchsteilende benötigen oder beziehungsweise Sie kriegen ja auch wahrscheinlich über Ihre studentische E-Mail viele Studien anfragen. Und ich würde Ihnen wirklich empfehlen, da auch an verschiedenen Studien auch wirklich teilzunehmen als Versuchspersonen, weil Sie gerade, weil Sie ja so etwas studieren, dann auch einen näheren Einblick kriegen in solche verschiedenen Verfahren und wie Studien aussehen, sowohl von der Seite der Personen, die getestet werden, als auch dann vielleicht später, wenn Sie selber eine eigene Studie beispielsweise im Rahmen Ihrer Bachelorarbeit durchführen werden. Von daher, ich kann Ihnen das quasi nur empfehlen, schauen Sie da auch mal herein, vielleicht finden Sie da etwas Spannendes. Wenn Sie an einer Studie daran teilnehmen, wie das spannend, Sie können darüber vielleicht einen Blogbeitrag schreiben, wie Ihre Erfahrung war. Ich glaube, Ihre Mitsudierenden würde so etwas ebenfalls auch interessieren. Also Sie sehen, wir haben nach den Winterferien auch noch einiges vor und ich freue mich da in jedem Fall darauf und wünsche Ihnen eine erholsame Pause. Passen Sie auf sich auf und auch probieren Sie, wenn möglich, den Kontakt zu zu vielen Menschen zu vermeiden, weil ich würde es wirklich sehr gerne sehen, dass wir auch zum Ende der Vorlesung auch noch komplett gesammelt als große Gruppe auch in unserer Veranstaltung dabei sind. Und ich glaube, die jetzige Zeit ist wirklich schwierig für viele. Und ich glaube, jeder Einzelne von Ihnen und von uns hat wirklich eine große soziale und gesellschaftliche Verantwortung und ich glaube, es liegt wirklich daran, wie wir gemeinsam als Gesellschaft jetzt vorangehen, damit wir die Pandemie auch in den Griff kriegen, damit die Fallzahlen nicht danach auch nach den Wintertagen komplett explodieren. Denn von daher mein persönlicher Rat an Sie, schauen Sie, wie Sie sowohl Ihrer Familie etwas Gutes tun, als auch der Gesellschaft. Alles klar, ich würde mich freuen, Sie im neuen Jahr, weil 2020 verrückt, verrückt, Sie im neuen Jahr in neuer Frische und mit neuer Motivation dann auch wieder zu begrüßen. Alles klar.